Ein hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Es geht weiter, wenn ihr letztes Mal nicht gesehen habt, unbedingt nachholen. Und jetzt geht es weiter. Ich habe ja gesagt, ich habe mich schon zum Aussichtspunkt begeben, weil die Rennerei konnte ich euch ja eigentlich ersparen. Und ich sehe gerade, wir haben ja einige mehr. Da würde ich sagen, bevor wir die Hauptmission angehen, machen wir die doch auch. Damit wir die einfach alle haben. Weil Aussichtspunkt ist immer so eine Sache, die ich eigentlich zuerst mache. Klar, im Verlauf einer Mission kommt man eigentlich eh immer zu diesen Aussichtspunkten. So, und hier wird jetzt auch dieses Augensymbol angezeigt, was ja Sean und Rebecca gemeint haben, von wegen, dass man dann hier immer so ein Symbol erkennen kann. Das werde ich jetzt aber noch nicht machen. Also, das werde ich wahrscheinlich, also, keine Ahnung, die, die mir halt fehlen, die werde ich dann zum Schluss machen. Ähm, das ist ja diese 20 Dinger, die es davon gibt. Die Wahrheit nennt sich das dann ja, wenn man das zusammensetzt. Aber, die Aussichtspunkte sind auf jeden Fall ganz wichtig, weil so wird uns wirklich immer alles angezeigt. Alle neuen Missionen, äh, alle Codex-Seiten und so weiter. Und, äh, ja, ich glaube, das ist doch ganz praktisch. Ah, okay, und da sind jetzt schon die Diebe, die wir anheuern können. Die können für uns dann ja Wachen ablenken oder auch Dinge klauen, soweit ich weiß. Nee, genau, die lenken eigentlich nur die Wachen ab, genau. Die rennen dann weg und dann verfolgen die Wachen, die. So, da ist eine Codex-Seite, genau. Die holen wir jetzt noch nicht. Da kommen wir dann eh irgendwann dran vorbei, aber, äh, die Aussichtspunkte machen wir doch. Äh, nee, das wollte ich eigentlich nicht. So, gehen wir mal hier hoch. Ja, und jetzt gibt es natürlich überall auch so scheiß Bogenschützen. Die sich natürlich pausenlos beschweren, dass wir hier oben sind. Komm schon. Dann halt so, meine Güte. Okay, gut, den sollte ich aber eigentlich relativ leicht entkommen können. So, haben wir den nächsten Aussichtspunkt auch? Ja, komm, da fliegt noch so einen Stein hoch. Wow, fliegen noch mehr Steine. Ja, danke. Schnell mal hier runter, bevor ich dann auch runtergeschmissen werde. So. Den nächsten Aussichtspunkt haben wir da. Ah, okay, und hier ist auch noch so ein, genau, hier ist auch noch so ein, äh, Augensymbol. Weiß gar nicht, ich glaube, in der Datenbank können wir das auch nachschauen, an welchen Gebieten das ist, oder? Orte, wenn wir da mal gucken. Ah, genau, okay, da wird es auch angezeigt. Da können wir dann also immer das sozusagen sehen. Und ich glaube, auf der Karte lässt sich auch der Ort, lässt sich der Ort anzeigen, wo wir uns gerade befinden. Ah, nee, okay, das wird nicht angezeigt. Ja, okay, gut, aber dazu gibt es auch genügend Karten, glaube ich, die den Standort zeigen und alles. So, geht mir doch nicht auf die Nerven, Mensch. Ah, hier komme ich jetzt nicht ruhig. Ah, Mann. Das ist man schon so gewohnt von den anderen Teilen, dass man eigentlich überall hinkommt. So, ich ignoriere die ganzen Gegner auch einfach. Ich glaube, da ist nämlich eh noch keiner von diesen Typen dabei, die dich überholen oder rammen können. Gibt es ja später auch. Ah, toll. Nee, brauchst mich gar nicht runterzuwerfen, ich spring schon selber runter, ich Idiot. So, alles klar. Okay, gut, so, die letzten zwei noch. Okay, nein, verdammt. Stimmt, da war ja was, wir haben ja noch keine versteckte Klinge. Na gut, jetzt muss ich ihn aber erledigen. Ich kann hier, glaube ich, auch das Schwert abnehmen, ne? Geht das nicht? Ah, nee, das geht also noch nicht. Ah, nee, ich habe ja auch gar kein Schwert mehr. Stimmt, da war ja was. Das wurde mir ja abgenommen. So, kann ich aufheben, kann ich das? Nee, dich blöde Wache will ich nicht aufheben, was will ich denn mit dir? So, hier. So, aber zumindest eine schöne Truhe gefunden. Und es hat auch einer in die Kommentare geschrieben, dass ich auf jeden Fall später wieder jemanden mit dem Besen töten soll. Weil die Besen werden ja, äh, ich glaube, wie eine schwere Waffe gehandhabt. Das ist immer das Witzige an der ganzen Sache. Ähm, das werde ich dann irgendwann auch natürlich machen. Weil das ist schon relativ lustig. Das fand ich auch mit einem der coolen Dinge, dass du in Assassin's Creed 2 wirklich das Adlauge die ganze Zeit aktiv haben konntest eigentlich. Ähm, was befindet sich denn da? Ich glaube, da befindet sich dieses... Ach nee, eine Feder. Ah, okay, unsere erste von 100. Alles klar. Das war eigentlich gar nicht meine Intention. So, synchronisieren. Ähm, ähm, ähm. Hm? Ach so. Oh, da habe ich ein bisschen zu früh die Abulatotaste gedrückt. Nein! Nein! Oh, ich wollte Adlauge aktivieren und drück's nochmal. So, wo befindet sich das Zeichen denn eventuell? Sehe ich das von hier schon? Und ich höre, glaube ich, wieder so ein Glitzern. Hier ist eine Truhe irgendwo. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Ich glaube nicht. Oder? Dann habe ich's mir nur eingebildet. Okay. Na gut, ich höre jetzt auch auf, das zu suchen. Ahem. So, und da haben wir ja erstmal vorerst den letzten Aussichtspunkt. Das Gebiet über der Brücke können wir noch nicht erreichen. Da kommen wir erst ganz, ganz später hin, glaube ich. Also relativ zum Ende der Story. Und ich hoffe, das ist kein Spoiler. So, okay, gut. Dann gehen wir mal hier hin. So, ihr geht einfach aus dem Weg. Ich habe keinen Bock auf euch. Ein Händler? Ah, verdammt, okay. Ja, egal, ich kann es nicht immer... Was? Ezio, was machst du? Ezio, weiterlaufen. Ich habe eigentlich keinen Bock zu kämpfen, weil... Naja, es ist auch irgendwie ziemlich schlecht, wenn man... Ich sage mal so, wenn man keine Waffe hat. Aber gut, die gehen mir sowieso relativ schnell auf. So. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut. Aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Anpassung. Die Methoden der Kortisanen lernen. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen. Und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Okay, tauchen sie in einer Gruppe unter. Paola, schauen wir uns die doch auch mal an. 1438 geboren. Du kannst immer gerne mit mir üben. Wahrscheinlich nicht nur das Untertauchen. Sondern auch das Eintauchen. Oho, war das lustig. Meine Güte. Ja, hier weiß ich es noch. Oha, schnell. Ich muss mich beeilen. Ich muss in der Gruppe bleiben. Sonst entdecken die mich ja direkt. Ich glaube, jetzt geht es hier nach links, oder? Nein, noch weiter geradeaus? Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, jetzt wird es aber lustig. Noch ein Söldner? So, ich gehe jetzt extra schön langsam. Gibt es nicht hier eine Menschengruppe? Ja, genau, super. Ja, genau. Ich glaube, das ist der richtige Weg, den ich hier laufe. Ich glaube aber schon. Oh nein. Okay, ich darf sie nicht aus den Augen verlieren. Den ganzen Weg weiß ich halt auch nicht mehr. Ist schon ein wenig her. Ah ne, da ein Klang, okay. Ah okay, wir sind wieder angekommen, klasse. Aber das ging ja eigentlich. Bähne. Bähne. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Okay. Klauen wir den armen Freund hier erstmal das letzte Florin, was sie eh schon haben. Okay. Ist klar, dann versuchen wir das doch mal. Ah ne, hier können wir gar nicht entlagen, okay. Find verschiedene Personen bestellen. Ey, jetzt komm schon, Mann. So. Ja gut, wenn jetzt hier mal ein paar Leute reinkommen würden, wäre das schon ganz in Ordnung. So, schnell weg hier. Genau, komm du auch mal her. Dankeschön. Und hier noch einen. Geht doch. Okay, Anpassung, klasse. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten? Einem Fremden. Auch ich kenne Verrat. Okay, Asim Erbel. Leonardo in seiner Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Und die hat auf jeden Fall eine sehr, sehr unschöne Brandnarbe da. So, und ich will auch unter... Eigentlich jetzt ohne Umwege dahin, weil... Naja, so ohne Waffe kämpft es sich halt leider nicht so gut. Okay, es wird uns hier gerade alles erklärt, von wegen mit den Gruppen anheuern und so. Das kennen wir ja eigentlich alles. Genau, ein Händler. Ein Händler, der einfach mal an einem Dachvorsprung hängt. Also, bestimmt ein vertrauenswürdiger Händler. Ah, und da sehe ich schon was. Hehe, muss man gerade was gucken. Das leuchtet schon so. Kann man das schon benutzen? Also, ich kann dir schon mal verraten, das ist einer der Gräber, die man aussuchen kann. Ah, fuck. Und das war echt eine doofe Idee. Musst die halt jetzt echt so verprügeln, die Typen. Autsch. Verdammt. Ich laufe lieber weg, das bringt jetzt gar nichts gerade. Ne, sonst würde da aber auch ein Symbol markiert werden. Ne, auf jeden Fall ist das halt ein Totenkopf, den wir später benutzen können. Aber, ähm... Damit können wir jetzt noch nichts anfangen. Ja, ja, verfolgt mich ruhig, ist okay. Ach, das war knapp. Ach, scheiße, aber die... Eine gute Deckung. Ja. Schnell, er entkommt uns. Das wäre doch ein gutes Versteck. Sticht doch da nicht so rum. Wow, das ist halt echt ein scheiß Witz. Ey, der sticht da halt... ...immer wieder. Ne, ich verarsche ihn halt gerade, total. Ne, komm, geht mir echt... ...geht mir echt nicht auf die Eier. Soll ziehen sie alle ihre Schwerter weg und werfen eh mit Stein. Problem ist es, wenn ich da jetzt wieder reinspringe... ...die, ähm... ...kontrollieren das ja sowieso wieder. So. Ah! Das gibt es doch jetzt gerade echt nicht, dass ich es nicht schaffe, von diesen Dreckswachen zu fliehen. Meine Fresse. Kann es doch jetzt nicht sein. Ja. Ich habe gleich die ganze Wache auf dem Hals. Ich merke das jetzt schon. Ja, ja, ist okay. Ist in Ordnung. Meine Güte, das ist gerade echt scheiße. Wie viele... Jetzt ist ja auch noch eine Wache. Ich glaube es ja nicht. Ich muss die halt so abhängen, dass die nicht in dem Heuhaufen suchen, wo ich mich dann verstecke. Was werden sie 100 pro wieder tun? Obwohl, jetzt sind sie ganz da hinten. Bis die jetzt hier vorne sind, könnte es was dauern. Das heißt, ich müsste es eigentlich geschafft haben. Okay, geht doch endlich. Oh, Ezio, die Tore. Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Äh, aber meine Manieren. Sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, que pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mitis Piace. Moment, Moment, Moment. Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, äh... Sch, sch. Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten... Bitte. Es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Immer noch einer der besten Stellen. Und geil. Unglaublich. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider. Nur diese eine. Hör zu. Wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte, bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Im Namen der florentinischen Wache. Öffnet diese Tür. Äh, ein Moment. Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Hm, okay. Endlich haben wir eine Waffe wieder. Immerhin. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört. Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm. Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Äh. Redest du jetzt? Was ist nun? Oh, nichts da, mein Freund. Niemand verdrescht Leonardo, außer mir selber. Das würde ich natürlich jetzt auch sagen. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Werde ich machen. Gut. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt noch diese zwei Kodex-Seiten und dann bende ich den Part. Auf jeden Fall, wir haben eine versteckte Klinge, das ist schon mal super. Auf jeden Fall können wir jetzt die Kodex-Seiten noch holen, weil wir wenigstens auch eine Waffe haben. Das war ja vorher gar nicht möglich. Seien wir hätten uns da Ewigkeiten rumschlagen müssen. Na ne, das ist da oben. Hä? Moment mal, wo ist denn die... Wie ist denn die Kodex-Seite? Bin ich jetzt gerade zu doof, oder... Achso, ne, wahrscheinlich ist die vorne, die... Ja, okay, hier ist es. Uh, okay, jetzt muss ich aber aufpassen. Na gut, wir riskieren's. So. Warte einfach, bis die angreifen. Wow. Jesus. So. Fuck, ich muss nochmal die Reaktionszeit lernen. Hab ich gar nicht mehr drin. Ja, komm. Haha. Ein präziser Stich in den Bauch. Na, fällt noch einer was? Er anscheinend. So, der läuft schon weg. Oh, scheiße. Ja, aha. Alles klar. Okay, gut. Ich war gerade noch in der Konter-Animation und der greift mich noch an. Das ist echt gemein gewesen. Oh, manno. Scheiße. Gut, dann nochmal. Schalten wir den direkt aus. So. Das ging noch gleich viel schneller. Okay, jetzt noch die andere Kodex-Seite holen, dann haben wir's. Na gut, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Okay, die stellen sich da schon auf. Das heißt, ich gehe schön hier übers Dach. Ach, ihr stellt euch jetzt also auch auf. Na toll. Na toll. Okay, so. Haha. Ach, hi. Okay, der greift also auch nicht an. Na, wer ist der erste Unglückliche? Okay, scheinst du zu sein. Die beiden laufen weg. Und du anscheinend nicht. Okay, Kodex-Seite enthalten. Klasse. Gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, ich spende dir diesen Part. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich mit einem Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Und im nächsten Part werden wir dann zu Paola gehen und die nächste Erinnerung machen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video halt schaut. Und bis dahin. Arrivederci. Und bis dahin.